Kacke Hallo Du kommst eigentlich an mir vorbei, geht das? Fick dich! Du darfst aber auch kürzer vorstehen Guck mal, ich bin schneller Nein! 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 Schneller, Schlappe! Schneller! Nein! Falsche Richtung Wir müssen doch nochmal die neue Planet besuchen Unser EPP Modul da verbessern Ja, und wir müssen das Haus machen Wirklich als Haus bauen Aber bis jetzt sind das einfach nur viereckige Räume, die voll gestopft sind Die sind cool, aber so Die haben gar kein Design Ja, das ist das neue Design Das Problem ist aber, um Design zu entwerfen Müssen wir noch mehr Krambar Ähm, craften und so weiter Und suchen Wir brauchen uns Dura-Stil vor allem Wo haben wir eigentlich... Irgendeins von unseren Raumschiffen war dort Bei diesem Planeten Das Ding, wir haben schon Echt schon Wochenlang nicht mehr gespielt Das ist ein bisschen... Kritisch jetzt Alles nochmal bis so viel am Stück aufnehmen Ja, und... Alles mache schon Ähm... Was? Was? Okay, wir haben nicht mehr viel Dura-Stil Ähm, wir müssen auch langsam mal die neuen Planeten halt besuchen Da gibt's halt wieder so... Die neuen, äh... Ver... Ver-Ver-Ver-Ver-Ver-Ver-Ver-Ver-Veríbete die ruined van der Was? Jens? Ver-Ver-Ver-Ver-Ver-Ver-Ver-Ver- Ver-Ver-Res-Ver-Ver-Ver- scars Wir sind gleich wieder hin wie kommst du da zu diesem namen da steht hier bei dem schmelzofen guck dir das an geht schon wieder los mit den sachen die ich es nicht checke ok wie kommen wir da hin wir brauchen dieses cooling epp upgrade und das heating epp upgrade zuerst brauchen wir das heating oh gott wir brauchen scorch core wie kommen wir meinen scorch core also brauchen irgend sohn es heißt gott core fragt mich jetzt nicht wie wir daran kommen wir kommen aber irgendwie gar nicht müssen etwas töten dann können wir sagen so ein scorch core könnte jetzt gerne mal meine assistenten fragen was sie dazu sagen alexa sie wird es nicht verstehen na ernsthaft nein und die die dinger müssen hier weg ja 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 ich muss mal gucken wo findet ich bin im scorch kurs also bekommen diese sterne kommen wir glaube ich nicht als der zu heiß ist wer zum fick ist lorena christian achst du mir was zu sagen das sind meine mitarbeiter hier kommen wir nicht hin weil es zu heiß ist woher kennst du sie ich hab die bei diesem planeten da kennenlernen meine bitch captain i stay here back when you need me captain und das hier meinen mein anderer lege der kleine zwerg ist ja okay aber eggy als eggy und moment mal hör auf damit du kannst auch selber danach machen lass mich in ruhe so also diese radioaktiven sterne wir sind wieder hier gerade stimmt ähm frozen stars kommen wir auch nicht hin weil es zu kalt ist könnte jetzt hier die felder ernten aber was toll jetzt einfach ein black screen geht es jetzt wieder naja alter was geht denn hier ab ich hab schon wieder ein black screen gehabt ich glaube mein kabel ist irgendwie durch ich weiß gar nicht mehr wo man dieses scorch kurs bekommt ich weiß nicht mehr wie ich dann in der stura stil komme äh wir müssen einfach hier den planeten roten ja aber das ist nicht so schwer äh jetzt erst zu dir rüber und jetzt nach unten einfach runter ja und aufpassen dich nicht von äh bösen tieren angreifen lassen das war ja hier der radioaktive planet ne ja aber du hast doch dein epp upgrade regulation epp upgrade ja aber meine uniform ja gar nicht mehr wie bist du denn eigentlich zu dieser mitarbeiterin gekommen ähm ähm tui das ist ne story ähm ich glaub dieses äh gott den kribbel glaub ich von äh irgendwelchen tieren ähm ich hasse diese tiere also es heißt oh was ist los mit dem ähm ich glaube die müssen wir ebenfalls viel mehr tiere mit unseren pistolen da umbringen äh was sind wir Pistolen? äh ja hier fern fernkampfwaffen die haben wir jetzt viel mehr als mein alten ich glaub das ist irgendwie was äh wenn ich glaube ich gar nicht mehr gelesen hab ist das irgendwas mit irgendwie oh ähm ja wie feuer verschießen ja also ich gibt ja glaub ich sind hier wie die können da so ein bisschen feuer verschießt was ist korona sicher dass du was hier gefunden haben ja aber unten unter der erde guckt auch nochmal gehen wir extra für mich hoch und guck mal wenn der planeten beschreiben ob da du rassil steht das ist lange her wo ich das jetzt mal gespielt hab oh wow nein doch doch ich hab grad beim falschen planeten geguckt und auch hier ist du hast dir das planet wo wir grad sind da ist du hast du hast du grad nur bei den falschen planeten die hat schon noch offen offen sorry du model der planet ist auf jeden Fall richtig und wir müssen auf jeden Fall jetzt aufpassen auf irgendwelche tiere die scheiß geile flammen verschießen auf diesem planeten generell auf irgendwelche planeten ich weiß nicht welche planeten alles vielleicht müssen wir auch kurz mal zu so einem flammen planeten das weiß ich vielleicht da halt hier sind die so flammen verschießen aber als polis da sterben wir halt ne an der hitze ich finde kopf war ich finde kohle ich finde alien rock aber ich muss runter ich bin unten das ist selten findest du nicht an jeder ecke du darfst doch nicht da laufen wo wir schon überall waren ich bin einfach noch neu hingelegend wir müssen da eigentlich fucken hab ich überhaupt noch fucken fucken wo ist ein fucken da ist ein fucken komm mal fucken scheiß drauf fucken brauche ich doch keine fucken hab ich es gab beschlossen dass ich keine fucken brauche doch komm scheiß drauf ich brauch doch fucken doch komm scheiß drauf ich brauch doch fucking hm, Kohla ich meine wir hätten auch wieder diese tiere das trocken glaube ich habe mir schon mal gesehen aber ich bin mir nicht sicher die droppen ist halt auch nicht immer so wie mit leder und so das wird ja auch nicht mehr getraubt weil das ist das eigentlich noch wichtiger als du hast jetzt diese neuen sachen ja aber für die bahn ja scheiße die bahn die bahn macht mobil nein die bahn ist ich mag die bahn wer weiß es worum ging es ja guck mal ich habe hier du hast sie gefunden und ich weiß nicht was du mein ich habe keine ahnung von dem was du meinst ich bin da fast weil ich ein guter finder bin Boah, perfekt ausgewichen. Nicht zu machen. Ah, hatte nur ein bisschen Stress. Bin ich auf dem Weg. Wohin? Zu mir, oder? Ja. Oh shit, das war schmerzhaft. Aber ich muss mich dringend heilen. Dass immer diese Medikits so lange brauchen. Du benutzt die falschen Medikits. Ich benutze die Medikits, die ich bei mir auch im Inventar habe. Ja. Kannst du ja nur mit links klicken. So. So. Leute, hier sind ja... Stimmt, hier waren ja auch Augen. Der Planete ist mega komisch. Sag mal, wo bist denn du jetzt? Wieso willst du zu mir kommen? Ich habe einmal was gefunden. Ja, das reicht ja schon. Hier ist nichts mehr. Alles leer. Ja. Ja. Locker bist du irgendwas am Looten. Nein. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Oh nein. Ich muss sie... Juicy. Weg den Scheiß. Was ist das? Da ist ja in dem Ohr. Oh, wir können Augen sehen. Äh, wir können Augen essen. Was? Ich habe... Es gibt diese Augen sogar Samen. Ach du Scheiße. Lecker. So wie Mami es immer gemacht hat. So wie Mami es immer gemacht hat. Nein. Geh weg Mario. Hier ist nichts. Wirklich nichts. Aber... Geh weg. Was willst du? Hier ist... Ich habe nichts. Ich habe... Ich glaube vier... Du hast die Ohr gefunden. Oh nein. Ich habe keine Ahnung wie weit es da runter ging. Okay, da noch nicht. Oh, Bisch ist da. Play Unknown Battleground. Pupke ist auch nice. Das ist bei dir auf soem Kanal. Pupke, check das mal aus. Also ich glaube hier unten werden wir auf jeden Fall keine von diesen... Wesen finden die diese... Walton Coaster... Wie auch immer die heißen... Trocken. Pupke. 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 Oh man. Pupke. Ja, auf was für einem Planeten findet man die Dinger dann? Ich... Hab doch gerade immer gesagt, dass ich nicht weiß. Okay. Aber auf welchen Planeten findet man die? Ja, auf dem Alpplanet. Wie ich mir gerade erzählt habe. Ah. Oh, das wollte ich machen. Dennt sich halt die Fresse. War das ja gerade Geld? Ja. Mein Geld. Hä... Oh nein. Alter, das kann auch nur mir passieren, ne? Moin, stirb. Habe ich schon erwähnt, dass ich so jetzt gefährdet bin? Ja. Kannst du heute ganz hin. So, ich muss mal wieder Pinselarbeit machen. für mich Lerner was er passiert hat die Umgebung das Ding macht ja auch Licht aber naja sind so so dann müsste ich 3 auf jawoll schau dass es nicht geht dass du direkt da oben ein nein es geht nicht die werden sollen und dann einfach noch das ist ziemlich easy was musst du dabei eigentlich machen musst du einfach nur die ganze Zeit Blings Kick machen oder musst du irgendwelche nein das ist ein Minispiel du hast du halt das so wie in Death by Daylight die Generatoren nein das ist viel komplexer weil du musst guck ich hab T-Rex geil du musst ähm halt quasi so das sind so Steinsproben du musst die dann weghauen du musst die dann weghauen und damit ein Pinsel frei das Problem ist du hast halt nur so ein paar gewisse Formen äh der haut es also im 4er Block weg oder im 1er Block oder im 3er Block sowas und wenn du dabei aus Versehen etwas von dem äh von dem äh Zeug da kaputt machst also von dem äh hier dem der Schädel oder was auch immer du da findest dann hast du das verloren das ist die ganze Probe am Arsch ok du weißt was ich meine wenn du das selber mal machst ich kann dir auch mal ein paar Pinsel in das werden oder du stellst dich selber mal her und dann wirst du schon sehen was ich meine ich habe du was denn oder wie auch immer das heißt Dera oczywiście Derael Derael Deraeel Derael was ist das so nicht Stahl når du die äh wie heißt das nochmal Derael kennst doch nicht Batterie Mike h ja naja das ist mit Batterie wir wissen eure Kinder Es gibt doch eine Batteriefirma, die nennt sich du, Rassell. Ja, ja, du bist auch eine Batteriefirma. Dann bist du eigentlich so erinnert. Du fährst ja gar keine Batterie mit Stahl. Nein! Ich hab nur den da, ey. Ich hab nur den da, ey. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020